Hey DJ, the party don't stop DJ, let's go Hallo und herzlich willkommen zu Let's Multiplayer Call of Duty Black Ops 2 mit mir, Alewach1993 Auf dem Vertigo Mumbai Indian Team Deathmatch Äh, ja Was für eine Waffe will ich spielen? Weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht Warten auf Spielen Status Auf geht's, auf geht's los Ähm, Problem ist, wir spielen 333 mehr oder weniger gerade Was spielt man denn hier auf Vertigo? Komm, wir spielen mal M.T.A.V.A.V.A.L.G. Wenn ich dir eh nochmal sehen Und, yo Ja, wegen, ähm, Zombie Mode Da ist Kumpel halt bei Den werde ich auf jeden Fall nicht alleine spielen Und da hab ich mir so gedacht Werde ich auch sehr höchstwahrscheinlich Überlebensmodus spielen Und, ähm, ja Da bräuchte ich denn nochmal ein, zwei lustige Kommentare von euch Und zwar Würde ich hier ganz gerne mal erstmal ein Gegner sehen Ähm Da haben wir sogar schon einen Und zwar bräuchte ich eventuell Maul Oh lol Einen Namen, wie ich das ganze Serie mehr oder weniger nennen soll Ich hab mir so gedacht an Ja, den Namen so Let's Zombie Call of Duty Black Ops 2 Oder so in der Art Ähm, ja, ist mir da halt So in den Kopf gekommen Aber der, ja, Titel steht noch nicht wirklich Fest Supermann, wie der da schon hier kämpft, na super Geht's, da drauf habe ich ja schon hier Laune ohne Ende, Mann Ei, 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 ei Ich verstehe auch nicht, was da Was die ganze Was ist das denn für einen hohen Sohn Camper, Mann Alter, what the fuck Zwei Leute campen richtig hart Und das ist zum Kotzen Äh, ich denke Ja, keine Chance Ich verstehe halt nicht, wieso man da so hart campt Die können, die beiden können gar nichts Die campen hier in der Mitte Und das war's Man hört sie hier langtackern Und ja Mehr können sie eigentlich auch nicht Ich bin da Da hat man den nächsten endlich Ah, einer fehlt noch Den muss ich auch nochmal Schnell den Tod reindrücken Das war er leider nicht Ja, wie gesagt Ähm, Zombie Mode Natürlich mit ein Oder vielleicht auch zwei Von meinen Leuten Ich hab halt bloß noch keinen Da lief einer Äh, ich hab leider bloß noch keinen Namen Irgendwie Da könnt ihr ja mal eure Vorschläge machen Aber ich denke mal Ich werde so Let's Zombie nennen Irgendwie so in der Art Und Okay, in der Richtung Um da Ja, ein bisschen Tschüss Um da ein bisschen abzugrenzen Weil Der Rest wäre langsam Zu lang Bisschen zu lang Wenn ich Call of Duty Also Let's Multiplay Call of Duty Zombie Modus Und sowas nennen würde Und daher Nenne ich mal Let's Zombie Würde Würde auf jeden Fall schon Fun machen Das so zu nennen Und ich hoffe, dass ihr da auch bei seid Also zum Schauen Ähm, weil es ist doch schon ein bisschen was Neues Bisschen was anderes Viele haben danach schon gefragt Und da bin ich auch mal auf die Ähm Ja, auf eure View-Zahlen Sag ich jetzt mal gespannt Auch wenn es mich Nicht so viel kehrt Aber ein bisschen Ähm View-Zahlen Möchte ich trotzdem haben Weil es dann halt Eine positive Oder halt eine negative Resonanz ist So wie beispielsweise Jetzt auf einer gut Crash Nitro Kart Gut Ist mir klar, dass da nicht so viel kommt Ähm Es ist Sind aber trotzdem mehr als gedacht Ist halt nicht jedermanns Projekt Und Danach wähle ich unter anderem auch ein bisschen meine Projekte aus Auch wenn nicht Wirklich Scheiße Nicht wirklich viel ist Ähm Weil ich mehr nach das Nach dem Geh Äh Wodrauf ich halt Bock hab Und ja Da ist beispielsweise natürlich auch der Ähm Machen wir das mal so Da gehört natürlich auch Zommi-Modus beispielsweise mit rein Und halt eine Crash-Nitro-Kart Also was Let's Play mäßig so angeht Daher Ja Bin ich mal gespannt was Wow Das war knapp Was Ja Ihr dazu alle sagt Wow Das war knapp Da musste ich ganz schön rum Bruder Ähm Ja Webcam und so Ich hab schon mal überlegt Eine Cam einzubauen Aber ich hab leider keine Kohle für eine Cam Ansonsten würde ich ganz gerne auch mal Eine Cam einbauen Ähm Ja Daher ist es ein bisschen Naja Ich glaube meine Webcam Das ist Wenn ich mir eine hohe Hohlen würde Da ist die Logitech Äh C525 Wäre das Fick dich Und die Also Wäre auch zum Livestream richtig nice Ah gut egal Wird schon irgendwann kommen Scheiße Nehmen wir die zwei mit Passt auch schon Und Ja Das war es eigentlich so an sich Was ich jetzt großartig zum sagen habe Also Webcam wäre schon wirklich nice Weil wie gesagt Wenn die Kohle halt nicht da ist Ich weiß gar nicht 40-50 Euro glaube ich koste Ah scheiße Fit Und wird natürlich Ähm ja keine Relevanz mehr haben Dass ich nicht aufnehmen kann Oder beziehungsweise so eine Videos Mit Musik im Hintergrund Also mit so Anfang Sklave Und dann nachher nur Musik Obwohl ich die Videos auch ganz geil fand Mal wieder Ich weiß ich habe ihn Na scheiße Stammte alle Ich habe gehofft Dass der eine ein bisschen schneller tot geht Ähm Ja dass ich da mal wieder Mehr oder weniger ein bisschen zu meinen alten Videos Was heißt zu den alten Videos Ich hatte schon mal ein MV3 So eine Art So eine Form Das habe ich auch früher gehandhabt Wo ich dann immer erkältet war Sodass ihr halt Die Videos trotzdem gesehen habt Und Mit Nightcore geht halt Wegen Cover und sowas Ist halt Bisschen Bisschen was anderes In Sachen Copyright Weil ich es halt Covern darf Und Ja scheiße Da haben sie sich schon drauf eingestellt Ja ich habe keine Chance Erst bei den Campen zu doll Da habe ich leider Keine wirkliche Chance Irgendwie großartig zu machen Man sieht Dass die ganze Zeit Nur in der Mitte umher eier Und nur Campen Ja gut Besonders gut waren Die Gegner nicht Nur die ersten beiden haben ein bisschen zu stark gekämmt Ab und zu waren sie auch in so einem übelsten Pulk drinnen Aber na gut Kann man halt nicht ändern Und er denn noch mit so einer scheiß Strohflinte Na ja gut Egal Hoffe es hat euch trotzdem Spaß gemacht In 28.8 Geht immerhin noch Und Ja Dann würde ich sagen Vielen Dank fürs Zusehen Das war es denn heute Mit Black Ops 2 Morgen geht es natürlich wieder weiter Und natürlich wenn Black Ops 3 draußen ist Wird natürlich sofort die Story Let's Playt Wenn ihr da Interesse habt Und natürlich auch der Multiplay gezeigt Und ja dann würde ich sagen Bis zum nächsten Mal Vielen Dank fürs Zusehen Und liken, teilen, kommentieren natürlich wieder Ja Ich sage es ab und zu jetzt mal Und ja dann würde ich sagen Vielen Dank Bis zum nächsten Mal Ich hoffe ihr hattet einen schönen Tag Oder habt noch einen schönen Tag Wie auch immer Ich bin raus Ich bin der AlleWach1993 Bis zum nächsten Mal Und ciao Leute